Die Staatsanwaltschaft Pferden und das LKA Niedersachsen wenden sich mit zwei neuen Fotos des Ex-RAF-Terroristen Ernst Volker Straub an die Öffentlichkeit. Staub ist weiter flüchtig. Auf einem zweiten Bild wurde er mit einer Simulation im Alter veranschaulicht. Es soll Staubs Aussehen heute zeigen. Nach der Festnahme von RAF-Terroristin Daniela Klette im März fanden die Ermittlungsbehörden weiter nach den beiden noch flüchtigen mutmaßlichen Komplizen Staub und Burkhard Garvik. Untertitelung des ZDF, 2020